Du brauchst aber halt länger und bei mir läuft der Booster schon, sonst hätte ich auch gesagt, wenn der Booster nicht laufen würde, würde ich sagen, bis zum Booster spielen wir ganz nachte hin, weißt du, aber, wenn der Booster schon läuft, ist das Zeit, die wir wegrennen, zur Kette laufen, die ich vielleicht brauche im Nachhinein. Oh, das ist 2.90 hier. Achso. Genauso besösen. Mein Gehüß wird hier genau das letzte Ei sein. Oder gar keins. Wo war denn jetzt wieder kein Kampf? Jetzt bin ich auf das Lager doppelt gelaufen, ich bin überhaupt nicht bei der Sache. Warum sagt eigentlich keiner was? Weil ich kein Kampf durchsieht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eigentlich kann es nur das bleiben. Und das sehen wir dann. Mir geht das jetzt gerne, dass es überhaupt nicht mehr geben würde, alter, ich kotz die Hammerlangen. Und das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann. So. Ich stelle das erstmal auf niedrig. Aber egal wie es läuft, wir müssen es dann durchbeißen. Weil noch eine Chance wird es nicht geben. Außer bei den Fremden, aber schönen Dank auch. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020